Euer Vater, Sultan Hamza, war ein großer Krieger. Als ihr noch jung wart, bat er mich, eure Leben zu retten. Und euch weit weg von hier zu bringen. Er opferte sein Leben, damit ihr beide und ich überleben konnten. Deshalb sind wir hier, in Amerika. Ihr habt ein freies Leben gelebt. Ihr habt von diesem Land gelebt, ihr seid Überlebende. Ihr habt gelernt, für das zu kämpfen, woran ihr glaubt. Ihr seid bereit. Es wird Zeit, zurück in den Osten zu kehren. Nach Java, eurem Geburtsland. Um dem Mann das Leben zu nehmen, der uns eines genommen hat. Um Rache für unsere Angehörigen zu nehmen. Es ist die Hölle auf Erden, seit Van Drach zurückgekehrt ist. Tod! Er und seine Männer töten. Sie vergewaltigen und plündern, ohne Angst vor Konsequenzen. Brennt das Haus nieder. Zwingt sie raus! Er hat eine Elite von Männern, die ihn beschützen. Und keiner trat sich, was zu sagen. Ich habe nicht all die Jahre geschuftet, um euch in die Anarchie zurückfallen zu sehen, aus der ich euch befreit habe. All die Jahre habe ich dieses Messer gehütet. Es dient mir als Erinnerung. An all die Opfer und all die Schmerzen, die ich erleben musste. Wir müssen zusammenarbeiten, um unser Ziel zu erreichen. Ich habe ihn direkt im Visier. Rache ist vielleicht ein Recht, aber Vergebung würde dich stärker machen als dein Feind. Geben wir unserem Volk wieder Gerechtigkeit. Wenn Legenden erst einmal geboren sind, dann sterben sie niemals. Geben wir uns. Geben wir uns. Geben wir uns. Geben wir uns. Geben wir uns.